5,8 Liter hochraumstarker Traktor mit 5800m Geomen, ein Turbo, Diesel, Treibstoff, Standardgetriebe, grauer Kupplung, ist der Pult. Sesha, was ist das Hauptproblem bei den Rohstofftraktoren? Morgen bringen sie die Hüterin wieder nicht zu drehen, wir müssen erst noch einmal die Hüterin wieder zu drehen. Vielleicht wird er jetzt die Hüterin wieder zu drehen. Aber ich leg ihn aus, und er kommt die Hüterin wieder zu drehen. 7.80 Meter Marke, da gibt es Applaus für Jürgen.